Hey Leute, was geht? Ich war für ganz ein Video mit, Alter! Was geht, Kumpel? Was geht? Wir sind heute beide wieder in Roblox und guck mal, wir spüren uns was richtig Heftiges. Und zwar, hier vorne habe ich schon mein Auto gespottet. Steig mal ein, Kumpel! Oh, warte mal, ich steig mit dir ein. Ja, Mann! Komm rein, los! Wir haben noch Platz genug für dich. Kannst du mal einsteigen? Ja, du bist sogar drin. Das geht sogar, das wusste ich gar nicht. Ja, Leute, ich habe schon ein bisschen gespült. Ich habe mir schon ein paar Fahrzeuge geholt, damit ich euch gleich alle zeigen kann, denn... Ihr werdet jetzt sehen, was man hier machen kann. Wir können jetzt hier zur Seegemühle gehen, okay? Dann gehen wir beide rein und, Alter... Ja, dann willst du die Hilfe steuern! Ich muss, glaube ich, gleich aussteigen, Alter. Moment! Hä? Was machen wir hier? Ich glaube, man muss hier irgendwo einen Knopf aktivieren und dann... Oh, Alter, guck mal! Ich muss schon raus, Alter! Bist du noch drin? Ah, Alter, nein! Und, Leute, ihr seht es, das Fahrzeug geht kaputt und meine Punkte gehen hier voll. Das heißt, wenn man das Fahrzeug richtig krass zerstört, dann kann man jedes Mal Punkte füllen und neue Fahrzeuge freischalten. Deswegen, Leute, ich habe schon ein neueres Fahrzeug. Das ist ja gerade das erste. Ich kann jetzt schon eins weitergehen. Dann schaut mal hier, wir haben jetzt so einen Oldtimer. Wie cool sieht der mit dir aus? Und wo bist du? Ich komme jetzt so mit. Ich komme dich abholen. Ich habe hier ein altes Auto gespawnt, Alpha. Ich gucke mal, wo du bist. Ich habe hier gerade auch eins. Wo sehe ich dich? Äh, was? Das ist dein Auto. Das sieht ja auch voll cool aus. Guck mal, meine! Oha! So ein Mini-Oldtimer oder keine Ahnung, was das ist. Let's go, lass mal woanders reinfahren. Wir waren gerade bei Sägemülle. Es gibt heute richtig viele verschiedene Wege, um unser Auto zu zerstören. Das ist richtig krass. Nice, Mann! Ich bin gespannt! Oha, ich bin gefroren, Alter, du bist sauer. Geh mal da rein zum Derfrierer. Ja, meine! Dann kann ich gleich den Knopf aktivieren, Alter, und du gehst hier rein. Warte mal, ich bleibe hier lieber draußen, damit ich hier nicht draufgehe, Leute. Ich kann hier gleich auch irgendwelche Knöpfe drücken. Okay, ich fahre rein. Was jetzt? Ich will erst mal ein bisschen die hier aktivieren, den Crusher. Okay, schnell raus. Oh, da kommt schon Eis. Und jetzt kann ich hier noch Knöpfe drücken oder so. Oh, 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 oh. Das wird kalt einfach. Ich glaube, dein Auto wird blau, oder? Ja, es wird richtig kalt bei dir. Let's go, komm schon. Komm da drin, Alter. Die Tür ist zu, Alter. Du kommst da nicht mehr raus. Oha, du hast besiegt. Du bist einfach wirklich eingebrochen, dein ganzes Auto auch. Wie krass sieht das denn aus, Leute? Das ist wirklich zu Eis geworden. Okay, kann ich das wieder ausmachen irgendwie? So, jetzt ist es wieder aus. Und zack, das Auto ist jetzt wirklich nur noch aus Eis. Da kann man auch nicht mehr einsteigen. Wie krass. Und jetzt, oh, oh, Leute, nein. Ich wollte das nicht, nein. Ich habe mich selber besiegt. Ich habe das wieder auszusehen angewacht. Ups. Fassi. Das war nicht gewollt. Jetzt bin ich wieder am Spot. Oh, Mann. Egal, ich spore jetzt mein nächstes Fahrzeug. Das wollten wir noch kaputt machen. Das werden wir jetzt hinkriegen, Leute. Ich fahre jetzt auch einfach schnell einfach irgendwo rein. Ich schaue mal. Wir waren schon beim Frierer, bei der Sägebülle. Ich kann nicht los. Warum nicht? So, jetzt aber. Warte, steck mit rein. Ich kann irgendwie nicht Gas geben. Aber irgendwie klappt es heute nicht. So, jetzt geht es. Let's go. Lass mich jetzt wieder rein. Du sitzt einfach mit drin. Perfekt. Wo fahren wir jetzt rein? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Wie heißt das? Der Treppensturz. Lass da mal runterfahren, Ente. Ich bin gespannt, was passiert hier. Wir fahren auch ganz langsam, Leute. Beim meisten sind die so Aufbänder, die uns dann nach unten bewegen. Oha, wie krass geht das denn? Oha, Alter. Pass auf, Kumpi. Oha, ich habe ja einen Unfall. So, Leute, mein Spiel ist irgendwie gerade gecrasht. Jetzt nächste Runde. Oha, jetzt fliegt die Viersteller runter. Was? Saus ist explodiert. Wie krass. Oha, ich bin unter dem Bip. Wir sind irgendwie bei mir ganz unten hier. Keine Ahnung. Lass mal das nächste Fahrzeug holen. Ja. Warte, das kann ich hier schon alles spawnen, Leute. Also, was habe ich hier schon freigeschaltet? Wie sieht das alles aus? Warte mal, ich gucke mal, was ich hier noch spawnen kann. Als nächstes hier diesen Minivan. Let's go. Der wird mir schon richtig krass kaputt gehen, weil er so riesig ist, Leute. Ich komme wieder zum Spawn, Ente. Wo bist du? Ich habe auch mein Auto gespawn. Dann lassen wir jetzt mit zwei Autos irgendwo reinfahren. Lass mal gucken, wo. Da war, glaube ich, noch ein Tor. Hier beim Treppensturz waren wir schon. Was ist hier? Der seitwärts... Was? Äh... Später? Okay, lass mal reingehen. Ich stehe hier drin, sondern müssen wir das Rollpark... Oh, oh. Was geht da? Da vorne? Guck mal. Das ist, glaube ich, ein Schrenner oder so, Ente. Es ist zu spät. Er ist schon aktiviert, Ente. Ich will nicht reinfahren, bitte. Ich will nicht mal wieder raus. Helfen Sie, ich kann nicht mehr rausfahren. Mein Auto schnitt. Es ist zu spät, Ente. Let's go. Reinhardt. Fahrzeug. Oh, oh, nein. Mein Fahrzeug geht komplett kaputt. Deins auch. Wir haben es beide nicht geschafft. Also. Okay, das war der Minibus, Leute. Aber ich habe noch ein paar mehr Fahrzeuge. Hier noch einen. Noch so ein Minibus. Der sieht aber ein bisschen kräftiger aus. Ich glaube, mit dem könnte es besser funktionieren. Leute, ich bin wieder im Spot. Ich komme nicht abholen. Ich steige ein, Alfa. Let's go, Ente. Mein Auto sieht doch ganz seriös aus. Ich habe nichts Böses vor, Ente. Lass mal zum. Können wir schon da reingehen? Nee, da können wir doch nicht. Oh, oh. Wir müssen mal schauen. Wo können wir noch hingehen? Ich will wieder was Cooles erleben. Hier waren wir noch nicht bei der Stachelgrube. Was ist das? Oh, oh. Das hat sich schon gefährlich an. Oh, das hört sich schwer zu auf, Ente. Da mag ich nicht rein. Das ist mir egal, was du gerade willst. Wir gehen hier rein. Let's go. Oha. Guck mal, die Stachel. Ich glaube, ich habe überlebt, Ente. Ich lebe noch. Nicht mehr. Oh, jetzt nicht mehr. Schade. Ich habe die Berühlung. Es war direkt zu Ende. So, ich bin wieder am Spawn. Warte, ich spaw mein nächstes Fahrzeug. Weil, Leute, ich habe hier richtig viele coole Fahrzeuge. So, den hattest du eben auch. Das ist ein Gewehr. So, ich fahre wieder zur Mitte. Warte, endlich. Komm zu dir. Bleib da stehen. Ich beeil mich mit wie viel KMH mit 30 KMH. Let's go. Ich glaube, das ist ein KMH noch mehr sogar. Und das steht hier auf Englisch. So, ich steig ein, Kumpel. Wir müssen weitermachen. Was haben wir noch? Da steht Laser. Leute, wir werden ja heute noch so viel testen. Erstens will ich hier runtergehen. Oh, ist ein Laser? Glendzeit. Was geht hier ab? Lass einfach mal reingehen und gucken. So, Leute. Oh, was soll ich wieder runter? Nein, wie krass. Das ist krasses Gelände. Oha, oha, oha. Das Auto zerfällt in tausend Teile. Nein, wir sind draußen. Oh, wir leben doch. Was ist das, Leute? Wir sind jetzt in der Backhand. Wirklich nice. Wir sind einfach im Pool. Let's go. Ja. Wie happy. Okay, nächstes Fahrzeug, Leute. Oh, das sieht schon heftiger aus. Das sieht schon ein bisschen teurer aus, Leute. Let's go. Ich bin wieder am Sonntag. Oha, man kann sogar einen LKW fahren oder was. Wie heftig. Ich will auch einen LKW, Leute. Mal gucken, ob wir das auch noch hinkriegen. Oder kann ich mit dem fahren? Ich will gucken, wie das aussieht. Bitte. Vielleicht kann ich das sogar selber fahren, Leute. Der sitzt da drin. Kann ich einsteigen? Bitte. Mann, da ist, glaube ich, nur Platz für eine Person. Egal, wir können gleich zugucken, Leute, falls er gleich losfährt. Das wäre bestimmt heftig. Und ja, Leute, der fährt los. Ich folge ihm einfach mal. Wo geht der rein? Auch hier rein. In der Landzeit, wo wir eben waren. Let's go. Ich fahre mit ihm. Oha, das LKW kommt ja kaputt. Der LKW. Wie heftig. Und zack. Oha, das zerfällt in tausend Teile. Mein Auto auch. Und das war. Ich bin wieder gelandet. Nice. So, jetzt haben wir noch ein Fahrzeug. Oh nein, als ob ich jetzt ausgefahren muss. So ein Dreiradwagen. Ente, wo bist du? Ich komm dich abholen. Ich bin am Sponisch. Warte auf dich. Ich seh nicht da vorne. Ich bin fast da. Oh nein, was ist das für ein Auto? Das sieht gar nicht gut aus. Sollen wir wirklich damit fahren? Das fällt doch schon beim Fahren fast um. Moment, das Auto ist wirklich richtig sicher. TÜV und so wurde alles bestanden, glaube ich. Du kannst hier fahren, Ente. Ich glaub's nicht. Das wackelt ja hin und her. Das Auto wackelt nicht. Was redest du? Natürlich. So, was haben wir als nächstes? Konnte ich jetzt nicht lesen. Der Schnetzler. Was heißt denn Schnetzler, Ente? Oh nein, wir werden geschnetzelt. Ich muss hier raus. Warte, Ente bleibt aber kurz stehen, okay? Irgendwie habe ich gerade Probleme mit dem Auto. Warte mal kurz, mein Coupé. Hä, warum geht das nicht mal? Ich muss hier kurz... Oha, wie krass ist das denn? Was geht in dir? Oha. Hast du das schon gesehen? Das ist der Ente des Sauergenerators. Wie heftig. Oha, ich bin fast wieder. Hör auf. Oha, was kann man hier alles machen, Leute? Au, Ente, was auf. Oh nein, du hast nicht getroffen, oder? Doch, du hast mich geschnetzelt. Ups, das war nicht gewollt, Ente. Tut mir leid, Coupé. Oha, und damit wird mein Auto nochmal komplett zerschönen. Und ihr seht es, wie krass. Aber ich glaube, ich habe gar nicht so viele Punkte bekommen irgendwie, Schade. Das Auto hat dann mal voll gut überlebt. Das können wir eigentlich wieder benutzen. Ich habe doch gesagt, ein TÜV-Bestandente. Siehst du, der ist fast gar nicht kaputt gegangen. Den voll viel überlebt. Ich hör mal nicht. Äh, ich schon. Du bist ja auch ausgestiegen. Hättest du da jetzt einfach drinbleiben müssen, dann wäre das gut gewesen, glaube ich. Nein, nein, dann wäre ich gebrutzelt worden. Ja, nicht. Du musst mal weiter gucken. Was haben wir noch? Wir waren beim Schnellsglatt zuletzt. Klar, ich gehe noch zu den Laser, Leute. Der Geschwindigkeits-Crash-Test. Okay, lass einfach mal reinfahren. Hör, was passiert hier? Was? Oh, das war, glaube ich, irgend so ein Event. Okay, lass weitermachen. Ich habe da auf Skip gedrückt. So, let's go. Mittelang. Lass mal lang machen und einfach losfahren. Wir machen jetzt ein Crash-Test. Jetzt sehen wir, wie krass das Auto ist. Und ich glaube, das wird alles aushalten. Wird das eigentlich? Oha, wie schnell fahren wir über 200 kmh, glaube ich. Wie krass ist das? Oha. Wir sind richtig schnell unterwegs. Let's go. Let's go. Wo kommt denn der Crash-Test endlich? Warte, da vorne ist der Wandel. Pass auf. Oha, nehm ich noch. Leute, bitte, bitte, ich will wieder aufstehen. Guck, du siehst, wie sicher das Auto ist, Ente. Unsere Fahrer sitzen, bei denen ist gar nichts passiert. Tatsächlich, wir leben noch. Was für ein gutes Auto, Leute, hä? Ist ja richtig eins. Übelgut. Ich will das noch mal benutzen. Gleich benutzen wir noch die anderen, die ihr da gerade gesehen habt. Leute, komm zum Spawn-Coupé. Los, Spawn, ich steig ein. Okay, du bist drin. Weiter geht's. Ich bin da einfach. Wir sind noch nicht fertig, Ente. Es geht noch weiter. So, waren wir gerade drin. Wir waren beim Geschwindigkeits-Crash-Test. Jetzt lass in den Säulen-Crusher gehen. Das hört sich auch nicht gut an. Aber du hast ja gesehen. Mein Auto sollte eigentlich alles überleben, Ente. Deswegen keine Angst, Kumpel. So, ah. Wow, was ist denn hier? Nein. Pass auf. Wo sind die ganzen Säulen? Nein, ich wurde getroffen, Ente. Lauf weg, meine ich. Ja, du bist getrushed. Ich lebe noch. Ich sehe es. Und jetzt bin ich leider weg. Okay, Leute. Das Auto war anscheinend doch nicht so sicher. Aber das sieht besser aus. So ein Geländewagen. Das sollte alles überleben, glaube ich. Wir sind extra hier für die Natur gemacht und für die Berge und alles. Endlich mit einem Spawn. Ich komme sofort. Wenn du mitfahren willst, dann beile ich. Da sehe ich dich. Komm, Ente. Oha, ein Jeep. Oh, Mann. Damit wird es richtig gut funktionieren. Hier waren wir noch nicht. Moment. Mit dir müssen wir ins Gelände fahren. Genau. Oder warte mal. Ich glaube, wir müssen als nächstes in die Laser rein. Ente, die sehen gar nicht gut aus. Was geht denn voller? Ich muss schon aussteigen, Ente. Fahr weiter. Oha. Das Auto wurde komplett direkt zerstört, Leute. Und Ente auch. Ja, ein Auto wurde gerät. Mich hättest du siebeln. Also hier wurde ein Saison gemacht. Oh nein. Das tut mir leid, Kumpel. Als ob die Laser so peselnd sind. Das Auto sah so heftig aus. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, Mann. Als ob das sofort kaputt gegangen ist. Okay, das war Row 1 noch, oder? Ja, dann können wir, glaube ich, mal gucken, ob wir zu Row 2 können vielleicht. So, ich bin mal gespannt. Können wir jetzt noch woanders reinfahren? Das wäre cool. Hier ist vierte Row. Erstmal müssen wir, glaube ich, zur zweiten. Hier war Row 1. Hier waren wir eben. So, lass mal hier lang. Bitte funktioniert das, Leute. Bitte, bitte, bitte. Vielleicht haben wir schon genug Punkte dafür. Er fordert 10.000 Stücke. Mal gucken. Und nein, ich kann nicht rein. Oh nein. Ich glaube, ich brauche 10.000 Punkte, Leute. Wir haben doch zu wenig. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter üben. Also, man kann ja noch nach Geradaus fahren. Was ist da hinten? Ah, ich glaube, das ist einfach nur eine Straße, Leute. Da passiert, glaube ich, nichts. Nee. Da sollte nichts gewesen sein. Ich glaube, wir können uns hier trotzdem irgendwie kaputt fahren, wenn wir gegen die Wand fahren. Ich probiere mal. Gegen den Baum zu fahren und zack. Hier. Es geht nur ein kleines Stück ab und da ist fast gar nichts. Die Crashers sind coole. So, wir haben Geländewagen. Also, sollte eigentlich so Berge und alles überleben. Deswegen ist, glaube ich, hier perfekt, Leute. Lass mal hier runterfahren. Let's go. So, ich gebe kein Gas mehr. Das Auto sollte, glaube ich, alles überstehen, Leute. Also, hoffe ich natürlich. Oh, oh. Alter. Da sehe ich schon den Motor. Oh, ich glaube nicht. Und fahren können wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Nein. Motor haben wir aber noch. Und wir haben es auch überlebt. Das war doch alles sicher, oder nicht? Sehr sicher. Ja, Mann. Warte, dann gehe ich jetzt wieder zum Händler, denn wir können jetzt das nächste Auto spawnen. Das ist ja gar nicht sicher, das ist ein Golf-Auto. Nein. Habe ich nicht noch was anderes, Leute? Nein, das habe ich noch nicht. Oh, oh. Das wird gar nicht gut enden, Leute. Ich bin da am spawnen. Lass mal Golf spielen gehen. Oh, oh. Sicher, du schiebst mich doch nur wieder irgendwo runter. Nein, Mann. Und wir fahren auch richtig langsam. Siehst du das? Ja, warum ist das so teuer? Ich weiß nicht. Ich entdecke. Wir müssen mal jetzt weitergucken. Hier können wir noch nicht lang. Moment. Was könnte das Auto hier überleben? Den Treppensturz? Glaube ich nicht. Der Geschwindigkeit crasht das. Man ist so sehlich schnell. Aber es wird viel zu lange dauern, bis wir ankommen. Aber lass mal gucken gehen. Und man kann die Distanz ändern. Wir machen mal die Distanz auf Mitte. So. Let's go. Und wir fahren los, Leute, bis zum Reins. Ja. Oha. Guck mal, wie schnell er fährt. Das fühlt sich schnell, Leute. Ich glaube, wir sollten jetzt noch mal ein bisschen abbremsen, Leute. Weil das Fahrzeug kann eigentlich gar nicht schnell fahren. Das rollt gerade nur. Oh oh. Wir sind trotzdem noch viel zu schnell, Leute. Mit über 100 kmh. Fahren wir gleich gegen die Wand da vorne. Pass auf. Nein. Komm schon. Sick. Oh. Das ist auch wieder kaum noch zerstört worden. Wir haben richtig viele Punkte bekommen. Oh oh. Ich habe schon 8800 jetzt. Nice. So, mal gucken. Das heißt, ich kann jetzt das Auto spawnen. Das konnte ich eben noch nicht spawnen. Habt ihr es eben gesehen, Leute? Jetzt muss ich eben noch freischalten. Und das haben wir jetzt einfach bekommen. Perfekt. Also, ich bin am spawnen. Das sieht richtig nice aus. Check ein. Oha. Was für ein freshes Auto. Ja, man. Mir gefällt die Form richtig gut. Deswegen. Ich habe gerade gesehen, bei einem Level gibt es plus 20% Geld. Deswegen lassen wir hier hingehen. Das ist leider der Schnetzler. Aber wir haben keine Wahl, Leute. So, diesmal müssen wir das anders machen. Erstmal muss ich hier die Messer da benutzen, alle. Moment, mach du, was du willst. Hey, ich will auch raus. Ich muss hier auf jeden Fall die Schalter aktivieren. Oha, wie krass, Leute. Das funktioniert. Zack. Messer Nummer 1. Dann Schnetzler Nummer 2. Schnetzler Nummer 3 aktivieren. Zack. Und der E, der hat nicht so gut getroffen. Ich glaube, Schnetzler Nummer 1 trifft am besten. Zack. Oha, das war richtig nice. So, nochmal Schnetzler Nummer 1. Und Crusher. Feuer. Opens Feuer. Zack. Irgendwie habe ich gerade kaum Punkte bekommen. Warum nicht? Muss ich im Auto drin bleiben, oder was? Weiß ich nicht. Ich teste hier mal schnell nochmal was, Leute. Ich glaube, man muss wirklich im Auto drin bleiben. Aber das ist doch gar nicht gut für mich. Egal, ich aktiviere das mal hier. Zack. Doch, dann kriege ich richtig viele Punkte. Ich sehe das gerade. Zack, 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 zack. Oh, oh. Nein, ich wurde auch besiegt. So, ich versuche jetzt mal richtig schnell Speedrun zu machen. Endlich bei mich ganz kurz. Okay. Damit wir gleich neue Level freischalten können, weil es fehlt nicht mehr viel. Leute, jetzt schnell den Friere. Hier gibt es auch bloß 20% gerade. Deswegen bleiben wir hier drin. Zack. Let's go. Das dauert zwar ein bisschen lange, aber komm schon, Level. Geh hoch, bitte. Da passiert noch gar nichts. Ich hoffe, das geht gleich ein bisschen schneller. Komm schon. Ja, jetzt geht es wieder hoch. Nice. Ich hoffe, wir überleben lange, Leute. Zack, zack. Und komm schon. Das ist gleich wieder voll. Und kriegen wir es noch hin. Bitte, bitte, bitte. Das ist doch richtig gut. Und. Und zack. Nein, ich bin glaube ich drauf gegangen. Jetzt kriege ich keine Punkte mehr. Schade. So, jetzt gibt es da wieder Bonuspunkte. Deswegen gehe ich wieder rein in die Segemühle. Let's go. Oh, ich muss die Länge überleben diesmal. So, ich aktiviere das, Leute. Bitte, ich glaube, desto länger ich überlebe, desto besser ist es. Deswegen fahre ich hier weiter nach vorne. Zack. Und ja, ich habe 10.000 Punkte, Ente. Fixes Fahrzeug ist freigeschaltet. Oha. So, das heißt, ich sollte jetzt hier neun Level spielen können. Ich hoffe, du kannst auch mitfahren, Kumpel. So, das neue Fahrzeug ist da. Oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Ist sehr geil. Ich glaube, das würde ich lange überleben, Ente. Das ist ja quietschengelb. So, und quietschengelb, Mann. Das ist gar nicht gut. So, mal gucken. Kann ich jetzt schon hier durchfahren, bitte? Da steht 10.000 Stücke. Habe ich 10.000 Stücke? Hä, wieso geht das nicht? Warte mal. Was heißt 10.000 Stücke? Ich glaube, das ist hier irgendein Schiff, mit was wir kriegen müssen. Wir haben jetzt 2.600, Leute. Das ist doch viel zu wenig. Warte mal, Ente, steigt mal ein. Ich will mal gucken, wie wir mehr kriegen. Ich fahre mal ein bisschen rum. Ich glaube, man muss einfach nur richtig viel rumfahren dafür. Schau noch mal. Wird hier das irgendwie mehr? Oder wenn wir in einen Crasher reinfahren, Leute? Ich gehe noch mal gucken. Schocken. Die Zahl hat sich bis jetzt noch gar nicht geändert. So, lass hier einfach mal reingehen. Das aktivieren schnell. Mal gucken. Und ja, ich kriege mehr Punkte, Leute. Man muss wirklich die ganze Zeit zerstört werden. Damit man die neuen Level freischocken kann. Leute, geht das vielleicht mit irgendeinem Auto schneller? Vielleicht mit dem krassesten, den wir haben? Weil ich glaube, hier stehen noch dann... Ah, hier steht auch, man kriegt dann mehr Stücke, glaube ich. Hier, wir müssen immer das Neueste haben. Und es gibt noch Upgrades. Warte mal. Kann ich hier Upgrades machen, Leute? Ich schau mal. Kostet das Geld? Habe ich genug Geld? Ich weiß nicht. Zack. Zack. Leute, ich mache alles, was geht. Okay, das geht anscheinend nicht. Ich werde das jetzt erst mal komplett upgraden, Leute. Weil ich glaube, ich habe noch gar kein Fahrzeug geupgradet. Zack. Warum geht das nicht mehr? Ich glaube, ich habe nicht mehr genug Geld. Leute, lass was. Lass uns mal jetzt spawnen. Das heißt, es sollte jetzt noch besser abgehen. Wo bist du? Da, komm hin. Steck ein, Kuppe. Ich stecke ein, Alfa. Ich komme. Ich warte auf dich. Let's go. Vielleicht kriegen wir jetzt mehr Punkte, Leute, hoffentlich. So, gehen wir rein. Was gibt dir gerade Bonus? Hast du einen Gibbonus? Dann lass mal runterfahren. Let's go. Bonus crushen. Zack, zack. Oha. Das ist auch zu überleben. Voll gut. Nice. Die Upgrades haben geholfen, glaube ich. Yeah. Wir leben doch. Übel. Wir leben doch, Alfa. Wir haben es geschafft. Nice, Mann. Warte, ich spawne ihn wieder. Hier habe ich drei Upgrades. Kann ich wieder upgraden, Leute? Warte, ich schau mal. Hier irgendwas. Zack. Hier habe ich gekauft. Habe ich genug? Hier stehen meine Münzen, Leute. Ich habe nur 22. Mit Geld kann ich irgendwas mit Geld holen? Müsse habe ich leider, glaube ich, auch zu wenig. Und hier unten steht das noch mit den Stücken. Wir haben schon 2700 Stücke. Warte, ich fahre hier mal schnell wieder irgendwo rein. Da unten ist noch der Bonus. Werden die jetzt mehr, wenn ich hier reinfahre? Ich gucke noch mal. Du bist immer noch da unten. Ich komme zu dir, falls du noch da bist. So, und die Stücke werden du ganz ein bisschen mehr, Leute. 10.000 schaffen wir doch heute niemals. Ich bin am Spawn und ich warte auf dich. Warte, ich komme, ich fahre mich. 10.000 wird, glaube ich, viel zu schwer. Soll ich mal das spawne, Ente? Komm, Gruppe. Warte, hier ist ein Milliardär. Warte mal, Ente. Ich glaube, ich kann mit dir mitfahren. Warte mal, ich stecke mal mit dem ein. Warte, kann ich hier irgendwie einsteigen? Bitte, Gruppe. Du wolltest bei mir mitfahren. Der hat hier einfach so einen Sportwagen. Wie sieht das denn aus? Auch wenn er ein bisschen kaputt ist. So, er ist in seinem Auto drin. Kann ich auch irgendwie mit rein. Nein, es geht nicht. Yeah. Ich glaube, das ist blockiert, dass nicht jeder einsteigen kann. Schade. Und jetzt ist er weg, Leute. Schade, Banane. Oder warte, ich glaube, er hat noch ein neues Fahrzeug gespawnt. Wie heftig. Was haben die für krasse Autos, Leute. Und jetzt steigen ein, Gruppe. Wir können uns leider noch... Ja, ich bin drin. Wir können uns leider noch keinen Sportwagen leisten. Und einsteigen kann ich bei ihm leider auch nicht. Egal. Ich brauche keinen Sportwagen, wir kriegen es auch so hin. Let's go. Wir hören das Spieltrasse durchspielen, Leute. Zack, zack, zack. Und zu den Lasern. Die waren, glaube ich, richtig OP-Ente. Pass mal auf, Kumpel. Wow, jetzt bin ich jetzt der Säbel. Lass mal jetzt versuchen. Oh, der Sportwagen-Typ, du kommst auch. Der Millionär. Der ist auch da. Was geht, Millionär? Oh, oh. Leute. Ich habe richtig lange überlebt. Perfekt. Ich glaube, das war gut. Und jetzt lebe ich nicht mehr so rein. Habe ich vielleicht ein neues Fahrzeug freigeschalten? Nein, immer noch nicht, Leute. Mir fehlt immer noch ein kleines Stück. Wie kriege ich das denn schnell vor, Leute? Irgendwie ging das so schnell? Da hast du wieder Bonus aktiviert. Deswegen lass hier reingehen. Vielleicht geht es dann schneller. Zack, aktiviere den Crusher. Ich muss es überleben, Leute, bitte. Yeah, ich kann ein neues Fahrzeug holen. Aber das ist, glaube ich, so ein Smart oder so. Nein. So ein Mini, glaube ich. Warte mal. Spawn hier in einer Sekunde. Und da ist es. Schau, ich habe ein neues Auto. Zeig mal her. So, richtig klein. Oh nein. Ich fahre gerade zum Spawn. Damit habe ich das andere umsonst getunt, glaube ich. Das war gar nicht nötig. Und hier ist wieder der Milliarde. Der hat schon wieder irgendwelche krassen Sportwagen, Leute. Wie heftig. Leute, komm in. Oh, das ist der Mini einfach. Schau, kein Kumpel. Ist egal. Trotzdem bequemes Auto. Du wirst schon sehen. So, und. Lass uns noch mal zum Schluss reinfahren. Leute, was ist hier? Nein, wir waren schon. Ich will zu den Laser nochmal. Schau raus hier. Oh, oh. Nein, 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 Leute. Es ist, glaube ich, so schnell. Ja, wir konnten uns noch retten. Perfekt. So, jetzt zum Schluss. Lass hier nochmal. Nee, nee, das haben wir schon gemacht. Den Treppensturz machen. Let's go. Wir fahren damit Speed runter. Wow. Das Auto ist voll stabil. Auto jetzt am Ende, Leute. Oh, Leute. Ich würde sagen, lasst, lasst, lasst ab, oder wenn ich jetzt hier gefallen habe. Shop-Belt vorbei. Und dann würde ich sagen, tschüss. Ciao.